Hopfensmoothie. Geht wahrscheinlich dann in die Bierrichtung, Smoothie, irgendein Gemisch mit Bier, was wahrscheinlich eklig aussieht. So ein Pfiff-Bier? Hopfensmoothie? Ja, das wird... ist das ein Radler? Oder es ist vielleicht, wenn man nach dem Bier aufs WC geht und lässt einen Hopfensmoothie ab, oder... Ein Bier? Ich weiß es nicht. Ein Bier? Hopfensmoothie ist ein Bier. Ich bin nicht so schlecht für mich, Alter.